Ein Medizinprodukt ist immer nur so gut wie die Summe seiner Teile. Die Firma Berliner Glas entwickelt und fertigt optische, elektronische und mechanische Präzisionskomponenten. Diese finden Verwendung in Endoskopen oder auch in speziellen Intra-Oral-Kameras für Zahnärzte. Herr Nussbaumer, vor welchen Herausforderungen steht man als Zulieferer für Medizinprodukte? Als Zulieferer für Medizinprodukte muss man den Markt und die Herausforderungen sehr gut kennen. Schließlich geht es ja um die Gesundheit der Menschen. Es sind viele Regularien zu befolgen. Es ist eine gewisse Internationalität wichtig, international aufgestellt zu sein. Das ist sehr wichtig und auch der Dokumentationsaufwand ist ziemlich hoch. Sie entwickeln und produzieren für einen Kunden eine Intra-Oral-Kamera. Worin besteht Ihr Beitrag? Wir waren hier bei diesem Kunden schon als Zweitlieferant für das erste Modell tätig und haben dann im laufenden Modell bei der Omnicam auch die Möglichkeit gehabt, schon bei der Serienüberleitung als Partner tätig zu werden und sind jetzt kompletter Serienlieferant inklusive Service und Reparatur. Was kann diese Kamera, was andere nicht können? Die Funktion der Intra-Oral-Kamera funktioniert folgendermaßen. Der Zahnarzt fährt in einem geringen Abstand über den Zahn drüber und gleichzeitig simultan baut sich ein 3D-Bild auf, farbecht. Dieses 3D-Bild dient dann als Grundlage für einen nachfolgenden Fräsprozess, wo dann der Zahnersatz direkt während der Sitzung gefertigt werden kann. Das ist natürlich ein enormer Vorteil für den Patienten, dass er sozusagen in einem Aufwasch, in einer Sitzung mit einer fertigen Krone oder fertigen Inlay wieder nach Hause gehen kann. Unter welchen Bedingungen werden die einzelnen Teile hergestellt? Die Kamera wird aufgrund der besonderen technologischen Qualitätsanforderungen unter Reihenraumbedingungen hergestellt. Wir verwenden hier Reihenräume der Klassen 5 bis 8. Die differenzieren sich je nach der Anzahl der Partikel, die noch zulässig sind pro Kubikmeter Luft. Welche Regeln und Normen müssen beachtet werden? Der wichtige natürlich im Medizinbereich ist die ISO 13485, nachdem unser gesamtes Qualitätsmanagementsystem zertifiziert ist. Wir sind aber auch zusätzlich noch nach klassischem ISO 9001-Managementsystem zertifiziert und auch nach 14001-Umweltmanagement und Energiemanagement 50.001. Das alles ist notwendig, um hier international verkaufbare Produkte in so einem sehr reglementierten Segment, wie die Medizintechnik eben darstellt, zu liefern. Aufschl explodieren Sie müssen die Untertitel Deutsch direito betreffekt, in so einem sehr bestimmten Zuchtkeitsber型 undанный cocktail Elektr电n indian. dass wir im satellite-arbeitet werden vorankom enough Arbeit Entonces, bis heute ist ein schützter Vlog ans Peng.